Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Job? Die Begegnung mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die auch immer wieder Interesse daran haben, sich auf das einzulassen, wofür diese Kirche steht. Christlichen Glauben, aber eben auch besonders ein Nachdenken dafür, was heißt es, dass wir schon über 60 Jahre hier im Frieden leben können für unsere Verantwortung, das Mahnmal für Frieden und Versöhnung. Und Herr Germer, was gefällt Ihnen oder was lieben Sie besonders an Berlin? Eigentlich ist ja auch die Vielfalt, die vielen unterschiedlichen Menschen, die hier leben und die in diese Stadt kommen und die hoffentlich mit guten Eindrücken wieder weggehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.